Ich fange mal damit an zu sagen, dass jede Geschichte zwei Seiten hat und das ist meine Seite, die richtige. Wieso kannst du nicht einmal sagen, weil du nicht brauchst? Wieso kannst du es nicht einfach dazu? Wir sollten Neustart versuchen. Ich weiß ja wohl, was wahre Liebe ist. Eine Frau zu lieben, wirklich zu lieben, heißt mit jedem Gedanken für sie da zu sein. Ihr in jedem Augenblick das Beste zu wünschen. Alles zu geben, was sie glücklich macht. Selbst wenn es bedeuten sollte, dass man selber darüber unglücklich wird. Du verstehst das nicht. Chuck ist ein schrecklicher Mensch. Er tut furchtbare Dinge. Er benutzt Menschen. Und? Du hältst dich für anders? Oh Mann, wie könnte ich nur so blöd sein? Wahrscheinlich magst du mich nicht mal. Nein, nicht besonders. Ich meine, du bist so langweilig. Meinst du? Oder hast du nur keine Zeit für andere, weil sich alles um dich dreht? Ihr passt zueinander. Ich habe immer alles über dich gewusst. In guten wie in schlechten Zeiten, weißt du noch? Glaubst du, wir werden irgendwann wieder zusammen sein? So wie früher? Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich.